52 Stunden Content. 20 Podcaster, YouTuber und Blogger aus 14 verschiedenen Kanälen. Von Donnerstag, 8 bis Sonntag um 21 Uhr. Spiel Digitalradio, powered by Beeple. Am Donnerstag geht's los. Um 8 Uhr pünktlich öffnen wir die Pforten mit frischen Informationen rund um die Spiel Digital. Wer sind wir? Wir sind das offizielle Spiel Digitalradio, powered by Beeple. Dahinter stecken 20 Personen von 14 verschiedenen Blogs. Mit dabei sind die Bretter Gogen mit dem Nico, Bretter Wisser mit Sonja und Arne, die Brettspielbox mit mir, dem Christoph, die Brettspielpoesie, Brett und Pet mit Christian, Klickenarm mit Andreas, Berner und Matthias, Du bist dran mit Hilko, Fjellfras mit Tobias, die Spielbar mit Georgios, Jürgen und Peer, der Spieleleiter mit Fabian, Spielevater Olli, die Spieleträumers mit Daniel und Ingo, die Brettspielrunde mit Jan und Jasmin und der Solo Manolo mit Sebastian. Wir haben uns in den letzten Wochen zusammengetan, haben geplant und gemacht. Es ist unser Beitrag für die Community, für euch, eben halt rund um die Spiel Digital auch was auf die Ohren zu bekommen, denn der ein oder andere wird vielleicht nicht die Gelegenheit haben, Videos zu schauen, ist aber froh, eben halt auch viele Informationen rund um die Spiel zu bekommen. Was machen wir? Morgens um 8 Uhr geht's los, eine Stunde Wrap-Up. Was könnt ihr vom Tag erwarten? Was gibt es so an besonderen Themen, die euch erwarten? Dann kommen drei Stunden Content rund um Interviews, Spielvorstellungen und diverse Sachen. Um 12 Uhr immer ein Community-Programm, teilweise mit Quizshow. Von 13 bis 16 Uhr wieder Interviews, Spielvorstellungen. Und am Abend haben wir dann von 16 bis 18 Uhr unser Wrap-Up. Mittlerweile haben wir noch weiteren Content produziert, sodass es dann bis in die Abendstunden 21 Uhr, 21.30 Uhr weiterhin frischen Content gibt. Wichtig ist, wir machen das komplett unentgeltlich. Wir haben also keine Sponsoren im Hintergrund, machen das aus eigener Tasche. Aber wir einfach gesagt haben, wir wollen einfach auch von Beeple ein Zeichen setzen für die Community, für die Spiel-Digital, sodass eben halt ihr auch das Spiel-Feeling rüberbekommt. Wir haben im Vorfeld eine Menge gespielt. Wir haben uns mit sehr, sehr vielen Verlagen ausgetauscht. Und die Eindrücke wollen wir euch ganz frisch rüberbringen, sodass ihr die Möglichkeit habt, auf der Spiel-Digital-Plattform noch besser, noch informierter zu surfen. Ja, wir sind das offizielle Spiel-Digital-Radio Powered by Beeple. Und wir freuen uns, dass ihr bei uns reinhört. Viel Spaß mit unserem Content. Wir freuen uns auf euch. Und bei Slack habt ihr die Möglichkeit, ebenfalls mitzuwirken. Das ist dann unser Interaktionskanal, den wir dementsprechend aufgesetzt haben. Das ist sowieso unsere Kommunikationsplattform. Hier wird es einen eigenen Spiel-Digital-Channel geben, in dem ihr eure Fragen stellen könnt, in dem ihr an den Community-Formaten mit teilnehmen könnt. Und wir wünschen euch ganz viel Spaß. Wir haben ihn auf jeden Fall. Und ja, tolle Messetage, die da vor uns stehen. Bis dann. Ciao. Ciao.